Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 79 vom 15. Dezember 2017. Unter Mikrofon begrüßen euch, wie in jeder Woche, Philipp Banser und Ulf Burmeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Woche müssen wir zunächst mal ankündigen, dass unsere doch inzwischen fast langjährigen, nein, aber jedenfalls seit einiger Zeit andauernden Bemühungen, so ein bisschen zur finanziellen Basis der Lage beizutragen, in dieser Woche offenbar Früchte getragen haben, Philipp. Genau, wir haben also eine erste Werbebuchung, das werdet ihr dann nachher hören. Und genau, wir hatten das ja schon angekündigt, erklärt, ausführlich besprochen. Jetzt ist es also soweit, deswegen hier nur an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn euch das tatsächlich so wahnsinnig nerven sollte, was ich nicht glaube, aber wenn das so sein sollte, dann besteht halt die Möglichkeit, ein Abo zu klicken. Ich finde, das ist mit Abstand der faireste Deal, den man so anbieten kann. Es finanziert sich über Werbung für alle, die nicht zahlen wollen oder auch nicht zahlen können, gibt es halt Werbung. Und wer das wirklich nicht will, der kann sich halt freikaufen und ein Abo klicken. Ich finde das bei ganz vielen anderen Diensten auch völlig akzeptabel, deswegen haben wir das hier auch so gestrickt. Also unter Küchenstudio Plus könnt ihr ein Abo klicken, kann man monatlich kündigen, dann seid ihr die Werbung los und ihr bekommt jetzt zum Beispiel für die nächste Lage am 21.12. auch noch einen Video-Livestream aus unserer Kirche. Das vielleicht so als kleiner Programmhinweis. Es gab auch noch Anfragen. Ja, also zum Plus-Abo nur vielleicht noch ein Wort. Also wir haben ja versprochen, dass wir da immer, soweit wir das irgendwie können, so ein bisschen Plus-Content einbauen. Nach den Experimenten im Sommer haben wir uns überlegt, also eigentlich wollen wir nicht mehr den klassischen Content irgendwie hinter einer Paywall verstecken, aber wir bieten halt hier und da Extras an. Und so, denke ich, verstehen wir jetzt auch diesen Video-Livestream aus der Kirche. Wir haben gesehen, es gab eine wesentlich höhere Nachfrage nach der Lage live. Und das galt ja auch für die Show in Hannover, die war ja auch sofort ausverkauft. Insofern haben wir uns überlegt, macht das einfach Sinn, jedenfalls mal einmal so eine Lage live zu streamen. Das ist ein Plus-Angebot. Wir können euch nicht versprechen, dass wir das in Zukunft immer machen wollen. Aber diesmal, genau, einfach, wir verstehen das auch so ein bisschen als Anerkennung für unsere Plus-Kundinnen und Kunden. Nicht, wer sich so solidarisch zeigt mit der Lage, finde ich, der soll auch hier und da mal ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen. Und deswegen gibt es jetzt diesen schicken Stream. Genau. Ja, wir wissen, es gibt viele, viele, viele Spender, die das halt überweisen. Aber dafür haben wir einfach noch keine Lösung gefunden. Da denken wir drüber nach. Da gibt es auch mal auch dauerne neue Abo-Plattform, wo wir ein bisschen flexibler sind. Aber das weiß ich nicht. Und es gibt halt auch, weil die Frage kam, können wir denn auch Abos verschenken? Ja, ihr könnt auch Abos verschenken. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes, wo ihr dann für andere sozusagen ein Abo abschließen könnt. Ein Jahr, ein Jahr Lage plus als Geschenk zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Apropos bei der Gelegenheit, herzliches Dankeschön an diejenigen, die GFF-Tassen verschenkt haben. Wir haben eine ganze Reihe Fördermitgliedschaften in Anführungsstrichen verschenken lassen. Das hat super geklappt. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gemacht haben. Wir waren sehr überrascht von der großen Zahl an Leuten, die Freiheit schenken, wie wir gesagt haben. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von euch. Dann kommen wir zum ersten Thema und das müssen natürlich die Versuche sein, eine Regierung zu bilden in Deutschland. Philipp, da sind wir alle ganz überrascht. Die SPD hat was völlig Neues, Undenkbares getan. Sie hat Sondierungsgesprächen zugestimmt, beziehungsweise beschlossen, dass sie welche führen will mit der Union. Und ich muss ehrlich sagen, also… Philipp, du hast schon in der… Als du es gemerkt hast, hast du so geranted schon. Und da schwillt mir so der Kamm, wo ich echt denke, ihr wollt jetzt sondieren. Was wollt ihr denn noch sondieren? Ja. Ihr kennt euch seit Jahren. Alle haben eng miteinander zusammengearbeitet. Im Guten wie im Schlechten. Mal ganz ehrlich. Und jetzt ganz im Ernst, ihr wollt jetzt noch sondieren und das wegen dieser Farce mit Ergebnis offen und ja, mal gucken, ob wir überhaupt eine GroKo wollen. Und so, wo ich denke, ja, die Basis, die muss da schon zustimmen und ihr wollt, dass der Basis vorliegen und ihr könnt jetzt auch nicht gegen die Basis. Aber mal ganz im Ernst. Also das ist für mich so ein Zeugnis von eklatanter Führungsschwäche, dass sich die Parteiführung nicht hinstellt und Leute und sagt, Leute, das ist der Weg, den wir gehen wollen, den wir für richtig halten. Und wenn ihr das partout nicht wollt, dann wählt ihr uns eben ab. Ja, aber ich sehne mich wirklich, ich hätte das nicht gedacht, aber ich sehne mich wirklich nach so Leuten wie Gerhard Schröder. Jetzt kann man dem vorwerfen, was man will. Man kann sich über Hartz IV streiten und da gibt's, das kann man scheiße finden oder gut. Aber der hat das hingestellt und hat gesagt, so mach ich das. Und da war dann klar, wer die Verantwortung trägt für das, was da gemacht wird. Ja, und das fehlt hier einfach. Das kann man so sehen, da muss man jetzt aber der Fairness halber dazu sagen, dass es natürlich in der SPD massive Rufe nach mehr Beteiligung gibt. Und deswegen muss die Parteiführung da irgendwie so ein bisschen drauf eingehen. Aber ich persönlich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich reicht, eben so, ich sag jetzt mal etwas sarkastisch, Showbeteiligung durchzuführen, wo die Parteiführung in eine bestimmte Richtung marschiert und dann irgendwie Formelkompromisse gefunden werden, wie nicht GroKo, sondern Tolerierung, Minderheitsregierung oder das neueste Buzzword Koko, ja, die Kooperationskoalition, wo man sich nur über Kernthemen einigt und den Rest im Bundestag zur Debatte stellt. Das sind natürlich letztlich alles mehr oder weniger klare Versuche, eine GroKo zu bauen, ohne eine GroKo zu bauen. Also diese Idee muss man dazu sagen, das ist von dem Herrn Miersch, Matthias Miersch, vom linken Flügel der SPD-Bundestagsfraktion vorgetragen worden. Und die Idee ist im Prinzip sowas, wir machen einen Vertrag, ja, der heißt aber nicht Koalitionsvertrag, sondern Kooperationsvertrag. Und da stehen halt nur drei, vier Themen drin, Haushalt, Europapolitik, Auslandseinsätze, paar Ministerposten. Und man vereinbart halt, über andere Themen, ja, frei im Bundestag abstimmen zu können. Das ist dann eine Koalition, wo die SPD dann auch Minister hätte oder Ministerinnen hätte, aber eben sich nur auf vier, drei, vier Kernthemen einigt. Und der Rest ist halt wie bei einer Minderheitsregierung zur freien Abstimmung im Parlament zum Streit freigegeben. Das hat auch Schulz schon gesagt, ja, es ist eine Option, aber es ist jetzt nicht seine Option und wahrscheinlich kommt es nicht dazu. Aber solche Ideen, weißt du, mein klar, kann man haben, aber das, finde ich, das Zeug dafür, das kann man auch haben. Aber da, finde ich, muss dann irgendwann jemand hingehen, so ein Parteivorsitzender und sagen, pass mal auf, das will ich aber nicht. Und ich habe jetzt, ich weiß, wir haben das so und so gesagt, aber die Situation ist so und so und ich will in diese Großvorsitzkoalition. Und dann kann man ja immer noch abstimmen. Dann kann man ja immer noch den Leuten, dann wissen die wenigstens, worüber sie abstimmen und sagen, okay, da will unsere Parteiführung hin. Die sind dagegen und dann stimmen sie halt dagegen und dann müssen sich halt einen neuen Parteivorsitzenden. Ja, man muss natürlich sehen, dass es ganz so einfach auch in der SPD nicht ist. Das ist jetzt kein Spezifikum in der Union, wird ja noch viel krasser von oben nach unten durchregiert. Aber auch in der SPD gibt es natürlich dann auch persönliche Sanktionen. Also wir erinnern uns da an die Versammlung, wo mit ganz, ganz knapper Mehrheit Sigmar Gabriel die Zustimmung zur Vorratsdatenspeicherung 2.0 durchgeboxt hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die mir persönlich erzählt haben, sie waren Delegierte in dieser Runde. Und man hat ihnen gedroht, also wenn du nochmal ein Bundestagsmandat oder ein Landtagsmandat haben willst, dann stimmst du hier mal besser zu. Also das muss man sehen, das mit der innerparteilichen Demokratie ist natürlich vor allem auch eine Frage der Kultur innerhalb einer Partei. Wie gesagt, das ist kein spezifisches SPD-Problem. Das ist in den meisten Parteien so, bei den Grünen ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber da habe ich auch mixed impressions, also gemischtes gehört. Jedenfalls ganz so einfach, ist das nicht mit dem Abwählen des Parteivorsitzenden. So ein Putsch passiert in der Regel nicht von unten, sondern auch von oben. Also quasi von der zweiten Reihe der Führung. Nein, ich finde, das eigentliche Problem ist nach wie vor, dass es viel zu wenig um Inhalte geht. Das wäre mein Punkt gewesen. Genau, also sag erstmal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es werden jetzt hier verschiedenste Konstruktionen gewählt, technische Details diskutiert, GroKo, Minderheitsregierung, Koko und wie man das auch immer nennen will. Aber im Kern ist doch das Problem, dass die SPD mit viel zu wenig klaren Forderungen in diese Verhandlungen geht. Und wir haben den Vorschlag gemacht, drei Kernforderungen. Es gibt natürlich auch einzelne Leute in der SPD, die bestimmte konkrete Forderungen schon aufgestellt haben. Aber im Kern, das haben wir in der vergangenen Woche ja auch schon diskutiert, geht man eben, oder diskutiert man eben über Formen, ja. Aber nicht so sehr darüber, wofür steht denn eigentlich diese Partei. Und das hat sich auch in dieser Woche leider, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht verbessert. Herr Milch immerhin hat es versucht, er hat für diese Kooperationsvereinbarung vier Kernpunkte, vier, fünf Kernpunkte formuliert, die in einer solchen Koko-Vereinbarung stehen sollten. Nicht Koko, sondern Koko. Haushalt, Europapolitik, Auslandseinsätze, Ministerposten und die auch die explizite Vereinbarung, dass in allen anderen Fragen wechselnde Mehrheiten möglich sein sollen. Das wäre natürlich eine spannende Idee, weil dann vielleicht der Bundestag gestärkt wird. Ja, aber ich, 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 ich weiß nicht. Also, ich vermisse einfach, dass die, dass die sagen, also ich vermisse auch, dass es um Inhalte geht. Ich hätte erwartet, dass sie sagen, okay, das sind unsere Inhalte und weißt du, wenn wir gar nicht regieren, dann können wir sie überhaupt nicht durchsetzen. Und ich finde, bei der SPD schwingt zu viel von dieser Angst mit, ah, dann sind wir wieder in der GroKo und in der GroKo, da kommen wir immer unter die Räder und da schneiden wir schlecht ab. Und ich finde, ehrlich gesagt, das, was wir in der letzten Lage oder vorletzte auch gesagt haben, das liegt nicht an der GroKo. Ihr schneidet in allen möglichen Wahlen, aus allen möglichen Staatpositionen heraus schlecht ab. Sei es eine Rot-Grüne, sei es irgendwie eine große Koalition in diversen Ländern. Ihr schneidet einfach seit Jahren schlecht ab und verliert und verliert und verliert. Und das liegt nicht an der GroKo. Das liegt daran, dass man nicht weiß, wofür ihr steht. Oder, dass man es der SPD nicht glaubt. Oder, dass man der SPD nicht glaubt. Also, ich vermisse da einfach eine Haltung, ja, ihr habt vielleicht irgendwo eure Themen, aber die sind nicht richtig konsistent ausformuliert. Und ihr müsst doch da reingehen und sagen, das wollen wir und dass man davon nicht 100 Prozent durchsetzt, ist auch klar. Dann hätte man am Ende 70 Prozent und dann versucht man, da zu regieren. Und dann muss man halt sich einen Plan machen, wie man da gut abschneidet und wie man seine eigene Politik besser verkauft. Und wie man da Haltung annimmt und dann kann man, glaube ich, auch aus so einer großen Koalition, die auch gar nicht mehr so groß wäre, wenn man sich diese genauen Sitzverteilung und die Mehrheit anguckt, dann kann man da auch, muss man da nicht dauernd mit irgendwelchen Verlusten rausgehen. Das Problem ist halt, die sind halt die Inhalte und da muss man sagen, sieht es nicht so wahnsinnig gut aus für die nächste Zeit. Ich war gestern zum Hintergrundgespräch mit einem Bundespolitiker der Grünen und klar, das ist natürlich ein politischer Mitbewerber, aber nach meiner persönlichen Wahrnehmung ist das jetzt alles andere als ein Sozi-Hasser, der eigentlich eher so ein bisschen mitleidig auf die SPD schaut und sagte, naja, was soll man sagen, die Seeheimer, also die Konservativen haben sich halt durchgesetzt jetzt in der Nachfolgedebatte, das ist wirklich interessant, also die eher konservative Richtung der SPD ohne klares sozialdemokratisches, also irgendwie soziales Profil hat die GroKo vor die Wand gefahren, hat die Bundestagswahl vor die Wand gefahren und wer darf weitermachen? Die selben Leute, jedenfalls dieselbe Richtung, Sigmar Gabriel ist ja auch nicht irgendwie abgestraft worden, Martin Schulz ist nicht abgestraft worden, die machen einfach weiter und die vollziehen auch keine Kurskorrektur, im Gegenteil, man setzt noch einen dezidiert konservativen wie Lars Klingbeil, also für die SPD-Verhältnisse dezidiert konservativen Mann auf den Posten des Generalsekretärs, dazu muss man wissen, der gilt so unter Netzpolitikern gerne so ein bisschen als Hoffnung, weil er ja eben Netzpolitiker war, aber er ist jetzt alles andere als progressiv, also er hat in netzpolitischen Fragen sich gut eingearbeitet, Er hat das ja auch vor einigen Jahren erst übernommen, hat sich dann da gut reingefuchst, ist da glaube ich jetzt auch sprechfähig, aber das ändert ja nichts daran, dass er eigentlich ein konservativer Sozi ist und das heißt also, es gibt einfach in der Führung niemanden so richtig, der jetzt da einen Kurswechsel und ernsthaft soziale Positionen vertreten könnte, aber gut, warum tut sich die SPD-Führung so schwer, Philipp, du hast noch so ein paar Kernthesen, die das noch ein bisschen deutlich machen. Genau, ich habe es gesagt, Schulz ist einfach, hat da zu wenig Format und zu wenig Führungsqualitäten und zu wenig, sagen wir mal, Power, um da eine Richtung vorzugeben, sondern er eiert viel zu sehr rum, macht sie viel zu sehr abhängig, Nahles und Gabriel sind irgendwie verhasst, glaube ich, Nahles da als Generalsekretärin eine ziemlich schlechte Zeit unter Gabriel hatte und so, die sind sich einfach nicht grün. Und ich, du hast es auch gesagt, die sind da seit Jahren am Werk und seit Jahren funktioniert das nicht und mit den Leuten und Schulz ist jetzt relativ neu dabei, aber er ist eben auch nicht der Richtige, deswegen glaube ich, sieht es so aus, wie es jetzt aussieht und die Eiern rum und kommen da nicht zu sich selber, sind ständig mit irgendwelchen Formalien befasst und kriegen es nicht auf die Reihe mal ein Profil zu entwickeln, was auch inhaltlich anders und ist als das von der Union sich deutlich absetzt. Und trotzdem, sagen wir mal, natürlich das nicht verhindert, dass man in eine Koalition geht. So, das heißt ja nicht nur, weil du ein bisschen linkeres, sozialeres Profil entwickelst, heißt es ja nicht sofort, dass man nicht koalitionsfähig mit der Union wäre. Ja, sagen wir mal so, die Union hat natürlich in der GroKo schon mit Ausnahmen das Mindestlohn so ziemlich alles blockiert, was irgendwie sozialdemokratisch gewesen wäre. Also, wenn denken wir zum Beispiel an diese Frage der Mietpreisbremse, das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit gewesen, wo man letztlich auch aus Unionsperspektive, das hätte ja nicht viel gekostet, die Bauindustrie hätte ja irgendwie keine Nachteile gehabt, die Vermieter hätten gewisse Nachteile schon einstecken müssen, aber dafür hätten viele Millionen Menschen weniger Miete zahlen müssen. Oder jedenfalls hätten wieder, sagen wir mal, in aller Seelenruhe umziehen können. Das Problem ist ja in Ballungsräumen, du kannst ja nicht mehr umziehen. Du kannst nicht mehr umziehen. Wenn du aus deiner Wohnung ausziehst, verdoppelt sich deine Miete oder bloß 50 Prozent oder so. Also, ich muss mich mal vorstellen, zu was für einer Immobilität das führt. Eigentlich soll man ja flexibel sein und am besten nach den Arbeitsplätzen hinterherziehen. Wenn man das aber macht, muss man mit dramatischen Folgen rechnen. Und mit anderen Worten, das wäre für die Union nicht so wahnsinnig teuer gewesen. Klar, keine ideale Klientelpolitik, so eine echt wirksame Mietpreisbremse. Klar, da gibt es Lobbyinteressen, aber das hätte man schon noch irgendwie verkaufen können. Frei nach dem Motto, ihr könnt ja trotzdem bauen und wenn ihr neu gebaut habt, könnt ihr die Mieten bei 20 Euro ansetzen und so. Aber das ist alles nicht passiert und da sieht man halt, das ist mit der Union letztlich nicht zu machen. Und das ist, um da quasi zurückzubinden quasi zu diesen Diskussionen um die verschiedenen Vereinbarungen, das ist so die einzige kleine Hoffnung, die ich habe. Wenn man jetzt tatsächlich schafft, das ist vielleicht auch der Charme einer Koko, eine ganz schmale Vereinbarung zu treffen und ansonsten inhaltlich die Dinge freizugeben, dann kann man natürlich auch mit wechselnden Mehrheiten arbeiten. Und dann kann man möglicherweise im Bundestag auch irgendwie eine Mehrheit zusammenbekommen, zum Beispiel für eine wirksame Mietpreisbremse. Und zwar insbesondere, wenn man geheim abstimmen lässt. Das wäre dann möglicherweise die Lösung, denn offen wird es der eine oder andere vielleicht nicht tun. Aber wenn man geheim abstimmen lässt, kriegt man zum Beispiel für eine wirksame Mietpreisbremse oder vielleicht sogar für eine ambitionierte Bürgerversicherung möglicherweise sogar eine Mehrheit zustande. Klammer auf, wenn man nämlich geheim abstimmt, kann man unter Umständen ja sogar AfD-Stimmen in Kauf nehmen. Das ist natürlich jetzt, gilt so als Sündenfall und natürlich kann es kein Sozialdemokrat und kein Grüner und kein Linker offiziell vertreten zu sagen, wir machen jetzt mal mit der AfD zusammen so eine Reform. Auf der anderen Seite werden einfach die Stimmen zusammenkommen und weiß nicht, woher sie sind. Also ich spekuliere mal, das ist natürlich, ich merke gerade selber schon, das bewegt sich total weit weg von dem, wie wir bislang in Deutschland Politik gemacht haben. Das muss nicht schlecht sein. Aber das muss eben nicht schlecht sein. Vielleicht ist das eben einfach auch mal ganz interessant zu schauen, was dieses Grundgesetz noch so alles kann. Wenn man eben keine ganz klare Mehrheit hat. Insofern, ich war ja, habt ihr in der Lage ja auch verfolgt, ich war ja lange ein großer Kritiker so einer Minderheitsregierung. Aber ich finde es jedenfalls, weil ich dachte, die SPD wird dann immer nur mit in die Mithaftung genommen, aber verdient nichts dabei und so. Aber vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn man so einen Kompromiss macht, hat dann quasi eine gemischte Ministerriegel, aber hat wirklich die Möglichkeit, im Parlament nach Mehrheiten zu suchen. Wie gesagt, insbesondere wenn das verdeckt geschieht, sodass die Leute nach ihrem Gewissen mal abstimmen können, anstatt nach Fraktionszwang. Ich glaube, man muss dann, wenn man schon sowas macht, dann muss man eben auch diesen Fraktionszwang aufheben. Da muss man eben, oder eben geheim abstimmen. Ja gut, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Merkel zu machen ist. Das ist zu wackelig. Ja, dann kann sie gleich zurücktreten. Sie hat ja nicht so wahnsinnig viele Optionen. Sie hat nicht so wahnsinnig viele Optionen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die SPD so wackelig und labil, wie die sind, dass sie da so eine wirklich kräftige Gegner von Merkel sind. Der Witz ist ja, dass sich dann diese Lager SPD und Merkel auch so ein bisschen auflösen. Wenn die wirklich jetzt in einer wie auch immer gearteten Kooperation sind, aber offiziell klar ist, abseits des Vertrages darf man sich für eigene Projekte Mehrheiten suchen, dann wird ja möglicherweise auch diese Fraktion zu neuem Leben erwachen. Also ich meine, das ist ja auch so ein Problem gewesen in der letzten GroKo, dass die Bundestagsfraktion nur noch ganz wenig Innovationen gebracht hat. Wann kamen denn wirklich mal Gesetzentwürfe aus den Reihen des Parlaments? Und wenn man das aber jetzt so macht, ja, möglicherweise kann es dann ja auch mal eine überparteiliche Gruppe geben, ja, das haben, also in der Opposition erlebt man das ja häufiger, da Linke und Grüne zum Beispiel haben im letzten Bundestag durchaus mal gemeinsame Projekte angeschoben. Warum eigentlich können das dann in einer solchen Konstellation nicht auch mal, ich sag mal, Vertreter von Rot-Rot-Grün auf Bundesebene und sagen, wir schieben jetzt einfach mal ein Projekt für eine Bürgerversicherung an. So, wir schreiben einfach mal einen Gesetzentwurf. Klar, die haben natürlich nicht dieselben Möglichkeiten wie Ministerien, schon personell, aber wenn die sich zusammentun, also ich bin ehrlich gesagt ganz gespannt und inzwischen bin ich selber auch der Meinung, dass so eine GroKo wirklich nicht so die allerbeste Option ist. Wie gesagt, das mache ich offendeutlich, ist natürlich auch ein Stimmungswandel bei mir, am Anfang dachte ich Minderheit oder alle anderen Modelle sind noch schlimmer, aber ich finde es, oder man kann es ja auch eine GroKo nennen mit schmarem Koalitionsvertrag und im Übrigen freier Debatte. Das wäre vielleicht der beste Kompromiss, der für alle Parteien auch die Möglichkeit bietet, Profil zu schärfen, auch für die Union ja letzten Endes. Mal ganz ehrlich, es gibt ja in der Union auch eine ganz breite Strömung, die eigentlich konservativer ist, als das, was in der GroKo passiert ist. Ich meine, wir jammern jetzt so ein bisschen immer, die SPD kann sich nicht profilieren, hat Profil verloren, das gilt ja in Teilen auch für die Union, jedenfalls was die konservative Seite. Da haben wir aber glaube ich auch einen sehr schönen Ton noch, Philipp. Genau, also damit wären wir dann sozusagen auch mal bei der Union gelandet, ihr hattet ja auch reichlich Feedback gegeben auf unsere Frage, machen wir zu viel zur SPD, ja oder nein und ist das inhaltlich gerechtfertigt, ja oder nein. Mein Eindruck war, es gab schon Leute, die der Meinung waren, ja wir machen zu viel SPD. Das waren aber zwei, drei Leute. Also die weite Mehrheit fand das legitim und gerechtfertigt, dass wir viel über die SPD reden. Aber natürlich gibt es da auch noch eine andere zwei Parteien, nämlich die Union, die da mitspielen. Und auch da muss man sagen, sagen wir mal, ist nicht alles 100 Prozent konsistent, was da geäußert wurde. So hat nämlich Angela Merkel kurz wenige Tage nach der Bundestagswahl auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Folgendes gesagt. Aber ich finde, es ist auch offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist. So, jetzt sitzen sie doch da und sondieren und wahrscheinlich werden sie doch zusammen regieren. Also absehbar bedeutet im konkreten Fall 35 Tage. Ja, also auf absehbare Zeit ist dann doch auch. Nee, ein bisschen mehr ist aber doch, oder? Anfang Oktober sind eher so 70 Tage, aber gut. Ja, aber genau, so ist das halt mit der Politik. Da steht dann irgendwo so ein kleines Wörtchen noch drin, was das unmerklich relativiert. Und dann ist es dann doch alles wieder in Ordnung, wenn man sie dann doch als regierungsfähig anerkennt, de facto. Also wie sieht es denn aus mit der Union? Man redet da gar nicht drüber. Man weiß nicht, streiten die sich inhaltlich, seitdem die die Obergrenze mehr oder weniger erstmal befriedet haben. Mit so einem, ja, wir haben auch drüber gesprochen, wenig praktikabel im Kompromiss, aber erstmal scheint das zu den Akten gelegt zu sein. Ja, also nach dem Ende dieser unseligen Debatte über die Obergrenzen, die ja vor allem so zwischen CSU und CDU geführt wurde, mit leichten Abweichlern auf beiden Seiten, hat man so den Eindruck, die Union ist im Prinzip sich einig. Das stimmt aber nicht ganz. Also der Deutschlandfunk hatte vor einigen Wochen einen sehr spannenden Hintergrund zum Beispiel über die jungen Wilden in der Union. Sehr hörenswert an dieser Stelle, können wir vielleicht mal in die Shownotes packen, wo eine ganze Reihe von Leuten so aus der Generation 30 bis 40 bei der Union, das sind da die Jungen, zu Wort kommen. Ich glaube, manche waren auch noch knapp unter 30 und da sieht man schon, da sind einige jedenfalls auf dem Weg, wieder ein deutlich konservativeres Profil zu gewinnen. Also ganz interessant, bei der jungen Union im weiteren Sinne, bei den jüngeren Unionsleuten gibt es also genau diese Tendenz, die wir beiden bei der SPD vermissen. Ja, wenn natürlich auch mit anderem Vorzeichen. Wir sagen, bei der SPD fehlt es, dass die Leute wieder ein klares sozialpolitisches Profil entwickeln. Es gibt auch nur wenige Protagonisten so der jungen Generation, die das dezidiert tun. Die Jusos so ein bisschen, aber eben auch nicht so wirklich deutlich. Bei der Union klappt das besser, das muss man sagen. Also die jüngeren Unionsleute versuchen wieder deutlich konservativere Positionen zu vertreten. Und das sind im Zweifel zwar meistens nicht meine persönlichen, aber aus der Perspektive Profil entwickeln, Erkennbarkeit, wofür steht die Union, ist das natürlich vorteilhaft nach diesen vielen, vielen Jahren Merkel, wo eben doch auch viele gerade konservative Wählerinnen und Wähler nicht mehr so recht wussten, wo sind sie denn eigentlich dran. Und wenn man jetzt mal genau drauf schaut, was hat sich jetzt eigentlich so gezeigt im Bundestagswahlkampf und auch in den Jamaika-Verhandlungen muss man sagen, die Union hat praktisch gar keine Agenda. Also im Sinne von Tops, die jetzt irgendwie abgearbeitet werden sollen in den nächsten vier Jahren, ist ganz, ganz, ganz wenig zu erkennen. Aber immerhin hat die Union Positionen und die vertritt sie aus meiner Sicht auch sehr konsequent. Also klar europäisch, pro-europäisch, bisschen wenig Kritik finde ich an der real existierenden EU, da könnte einiges demokratisiert werden zum Beispiel, da hört man wenig. Aber grundsätzlich wollen sie an Europa und insbesondere auch am Euro festhalten. Zweiter echter Punkt, den die Union konsequent vertritt, eine harte Linie in der inneren Sicherheit. Ja, Sicherheit und in Anführungsstrichen Sicherheit, weil manchmal reichen auch einfach Sicherheitsversprechen und völlig sinnfreie Maßnahmen, gehen immer vor Bürgerrechten. Da gibt es überhaupt keine Debatte bei der Union, da weiß man, was man hat. Steuern senken, wollen sie schon und aber auch zugleich eine schwarze Null, also keine neuen Schulden, das sind auch klare Positionen, die die Union vertritt. Das muss man schon ehrlich gesagt sagen und dann natürlich die Interessen von Besitzenden, man muss ja nicht gleich reichen sagen, sollen möglichst wenig tangiert werden. Das ist einfach klare Unionslinie, das sieht man an der Mietpreisbremse, das sieht man im Bereich der privaten Krankenversicherung, das hatten wir neulich in der Lage ausführlich. Das sieht man bei allen Ansätzen, der Steuersystem zu reformieren. Da ist die Union sich selber treu und es gilt der Grundsatz, Wirtschaft geht vor Umwelt und es gilt der Grundsatz, Wirtschaft geht vor Verbraucherrechten. So und das kann man gut oder schlecht finden, aber jedenfalls muss man sagen, die Union ist bei diesen Dingen sehr sehr konsequent und das ist ein Wert an sich. Also viele Leute, die der Union nahestehen würden sagen, naja die Union hat auch schon ganz schön gewackelt, Merkel hat ja zum Beispiel die Wehrpflicht abgeschafft, sie hat den Ausstieg. Die Energiewende, Atomausstieg und solches. Es gibt auch da alte Positionen, die die Union geräumt hat, vor allem Angela Merkel in Alleingängen geräumt hat häufig, aber es bleibt doch ein großer Bestand an Kernthemen der Union, die relativ konsequent vertreten werden. Das sieht man zum Beispiel auch aus den Jamaika-Sondierungen und aus den Ergebnissen der letzten GroKo. Ja guck mal Philipp, wenn man sich das mal anschaut, wir haben ja so ein paar Punkte aufgeschrieben. Naja, also das waren ja Sachen, da haben sie in erster Linie moderiert, also bei der Steinkohle zum Beispiel, da wollten die Grünen mehr, die FDP gar nicht und Merkel kam dann mit so einer Zwischenzahl, diesen sieben, glaube ich, Gigawatt Warns, die da rausgenommen werden sollten. Dann war es mit dem Soli, da wollen die Grünen auch eher nein und kann man sich nicht leisten, die FDP wollte mehr oder weniger sofort und alles und schnell und die Union hat moderiert und hat gesagt, na gut, ja, ein bisschen schon, aber die haben so eine Kompromissposition da eingenommen. Aber das Profil bleibt erkennbar, das war ja so mein Punkt. Sie haben den Ausstieg aus der Steinkohle gemacht, weil es nicht anders ging, sonst hätten die Grünen niemals mitgemacht, ja, aber der wird dann eben so langsam wie möglich durchgezogen. Mit anderen Worten, sie bleiben eigentlich dabei, Wirtschaft geht vor Verbraucherrechten, Wirtschaft geht vor Umwelt und sie gehen nur so lange mit, wie es gar nicht anders geht. Ich meine, das ist eigentlich ein No-Brainer angesichts der Erderwärmung, dass sie immer mit der Steinkohle aufhören müssen und mit der Braunkohle. Ja, und genau dasselbe mit dem Soli. Ja, kann man raus, aber langsam dann, wenn schon. Genau, und bei der Kohle ist es ja vor allen Dingen weniger Verbraucher als auch vor allen Dingen Industrieinteressen. Ja, Industrieinteressen. Ja, genau, Wirtschaft vor Verbraucher, Wirtschaft vor Umwelt. Da kann man sich bei der Union einfach weitestgehend darauf verlassen, auch neben dem Dieselskandal. Ich meine mal ganz ehrlich, auch die SPD hat sich da jetzt nicht hervorgetan durch besonderen Reformeifer, muss man ehrlich sagen. Aber die Union hat doch völlig klar gemacht, also hier wird überhaupt nicht Druck gemacht irgendwie in Richtung Elektromobilität 0,0. Oder Bestrafung der Autokonzerne und Sanktionierung von ihrem Betrug und so. Ja, oder Druck drauf, dass man vielleicht mal irgendwie die Autos nachrüsten muss oder so, passiert einfach nicht. Oder dritter Punkt, Mietpreisbremse in der Lage schon verschiedentlich diskutiert, hat die CDU dann zwar mitgemacht in der GroKo, aber so zerschossen, dass sie völlig unwirksam ist. Da muss man eigentlich sagen, eine Mietpreisbremse gibt es nur auf dem Papier. Und das hatten wir ja schon analysiert, das ist für die SPD eine Katastrophe, weil sie eigentlich eine Mietpreisbremse, oder weil sie damit werben. Wir haben eine Mietpreisbremse durchgesetzt und die Leute sehen aber, in der Praxis funktioniert aber nichts an. Da denkt man natürlich, was sind das für Pfosten. Und die Union sagt, ja, ja, Mietpreisbremse, aber finden wir eigentlich eh Quatsch und wir wollen eigentlich lieber, dass die Mieten möglichst hoch sind, damit mehr gebaut werden kann. Genau, und da gibt es natürlich jede Menge Ansätze. Also ich finde auch, diese Kombination aus einem wirklich, sagen wir mal, sozial, aus einer wirklich sozial orientierten SPD und dieser Union, wie wir sie beschrieben haben, könnte durchaus was bringen eigentlich. Es könnte, sagen wir mal, eine vielleicht sozial orientierte, aber nachhaltige Wirtschaft, eine sozial orientierten, aber durchaus, sagen wir mal, nachhaltig finanzierte, weißt du, Republik bringen. Also das, da bin ich sehr skeptisch. Da hatten sie doch jetzt vier Jahre Zeit zu. Und was hat das gebracht? Wischiwaschi. Da hat einfach keiner irgendwas durchgebracht. Und das ist, wir haben ja die verschiedenen Alternativen auch schon zu Beginn der Jamaika-Gespräche so aufgemacht. Man kann halt entweder auf jedem Gebiet Kompromisse schließen und irgendwie so eine Mittellinie fahren. Dann ist es häufig Wischiwaschi. Oder man kann versuchen, dass man sektorspezifisch Schwerpunkte setzt. Dann kann die SPD vielleicht dieses durchbringen, die Union das andere. Ich meine mal ganz ehrlich, im Bereich innere Sicherheit hat die Union eins zu eins ihre komplette Agenda abgearbeitet. Das muss man so deutlich sagen. Da ist also 0,0 Bürgerrechtssensitivität an den Tag gelegt worden. Und da hat die SPD, wenn man ehrlich ist, auch allenfalls hier und da mal ein Komma reinkommentiert. Da ist also wirklich die komplette Unionslinie gefahren worden. Da hätte man natürlich als SPD auch argumentieren können, okay, ihr kriegt hier eure Law-and-Order-Politik. Aber dann kriegen wir aber eine Mietpreisbremse, die auch zieht. Die haben es bloß nicht auf die Reihe gekriegt in der GroKo. Naja gut, wahrscheinlich, weil sie es auch nicht wollen. Auf jeden Fall, mein Punkt war bei dem Ganzen nur, ich finde, dass die Union eigentlich deutlich konsequenter auf ihren Positionen beharrt, als das die SPD tut. Und zugleich gibt es natürlich einen starken strategischen Vorteil einer konservativen Partei. Du kannst natürlich einfach als konservative Partei immer sagen, ist eigentlich alles super. Und wir müssen im Grunde allenfalls Detailkorrekturen vornehmen, damit die Dinge so weiterlaufen, wie sie bisher waren. Das war ja auch der ganzer Wahlkampf. Der war ja genau so. Und die SPD, der gelingt es halt nicht, ein equivalentes Bild zu präsentieren, was auf eine sozialere Version dieses Weltbildes präsentiert. Das wäre schön, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und trotzdem möchte man natürlich eigentlich schon ganz gerne wissen, was denn jetzt eigentlich auf die Agenda soll für die nächste Legislatur. Wir haben dargestellt, was so die Werte der Union sind, wie sie die auch sehr konsequent verteidigt. Aber ganz ehrlich, als Wählerin oder als Wähler möchte ich doch jetzt eigentlich wissen, wofür steht denn die Union in den nächsten vier Jahren? Wie gesagt, die Werte, okay. Aber was soll denn jetzt konkret passieren? Ich könnte mal sagen, wir wählen Angela Merkel, beschließen kein Gesetz und warten bis 2021. Ich glaube, den Leuten reicht das weiter so. Ich meine, wenn du dir heute die Konjunkturprognosen anguckst, irgendwie von diesen ganzen, von den ganzen Instituten, die Wirtschaft boomt ohne Ende. Die prognostizieren Wachstumsraten jenseits zu zwei Prozent bis an die drei Prozent, bis ans Ende des Jahrzehnts und so weiter. Ich glaube, wahnsinnig vielen Leuten geht es einfach wahnsinnig gut und die sind total zufrieden. Aber das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen in der Lage, dass die meisten oder doch die Mehrheit in Deutschland gut zufrieden ist. Aber das Ding ist doch, es gibt doch auch diese Menschen, die eben nicht zufrieden sind und aus gutem Grunde nicht gut zufrieden sind, weil sie nämlich sozial abgehängt sind oder wirtschaftlich. Und irgendwas muss man doch mit diesen Menschen auch machen. Und das kann doch nicht sein, dass man einfach sagt, wir machen Politik für die 70 Prozent und die anderen, weißt du, das ist doch nicht fair. Fair ist es nicht, aber ich glaube, das ist das, was der Union so vorschwebt. Das ist das, wo, also das ist mein Gefühl. Aber, ja, und wenn das so ist, Philipp, das kann sein. Ich habe da keine harten Erkenntnisse, aber wahrscheinlich ist das so. Ich erkenne jedenfalls auch keinen, sagen wir mal, irgendwie sozialreformerischen Eifer, aber 0,0. Und es gibt eben auch in der Union heute keinen Norbert Blüm mehr, der ja immer, der ist jetzt inzwischen ja einfach auch wirklich nicht bei der Jüngste. Und soziales Gewissen oder so. War so ein bisschen soziales Gewissen, hat in der Arbeits- und Sozialpolitik doch, sagen wir mal so, der Schlimmste verhindert häufig. Und da muss man einfach sagen, den sehe ich gerade nicht bei der Union. Kleiner Übergang, ich habe ja Merkel jetzt dieser Tage auch mal wieder live erlebt und das war ganz lustig, weil das ist so ein bisschen so eine Anekdote, mit der wir so zum nächsten Thema kommen. Nämlich zu diesem, ja, peinlichen, zu dieser peinlichen Performance der Deutschen Bahn. Was ist da eigentlich passiert? Also zunächst mal diese Anekdote über Merkel ist, Merkel wirkt ja in ihren ganzen öffentlichen Auftritten und überall, wo man sie eigentlich sieht, furchtbar steif, trocken, holprig, merkwürdig, unsympathisch ganz oft. Und das ist deshalb interessant, weil sie im persönlichen Umgang, wenn man sie mal so ein bisschen abseits der Kamera oder sowas in den Hintergrundgesprächen oder so erlebt, ein total lustiger Vogel ist. Frau Merkel als lustiger Vogel. Die ist witzig, die hat Charme, die ist echt, die ist total nett und interessant und eine wirklich unterhaltsame Frau. Und es passiert manchmal, dass das so rauskommt und das ist interessanterweise im Rahmen dieser sehr unerfreundlichen Bahngeschichte passiert, die ja erstmal ganz für alle Beteiligten erfreulich anfing, nämlich die, sagen wir mal, die VDE 8, wie das so heißt. Also das Verkehrsprojekt Deutscher Einheit, an dem über 20 Jahre gebaut wurde. Ja, das ist diese Schnellstrecke nach München. Genau, das ist diese Schnellstrecke Berlin-München, die wurde jetzt diese Woche eingeweiht und das sah erstmal alles ganz toll aus und dann gab es irgendwie Lightshow und irgendwie Pyrotechnik am Hauptbahnhof, weil irgendwie dieser ICE aus München einfuhr und Merkel vorne im Führer stand und ganz happy. Und die hat dann da bei der Eröffnung auch so ein paar launige Worte gewirkt und da wirkte sie zum ersten Mal so ein bisschen so, wie man sie halt so selten erlebt, nämlich total lustig, den Saal im Griff und auch echt mit so ein bisschen Witz ausgerüstet. Dank modernster Technologie ist es jetzt möglich, mit einer Geschwindigkeit bis zu 300 Kilometer pro Stunde nun in vier statt bisher sechs Stunden von Berlin nach München zu fahren, also in Konfliktfällen sind wir schnell beieinander. Der... Aber natürlich auch, wenn wir nacheinander Sehnsucht haben, das kann sich auch mal sehen. So ging das irgendwie, 20 Minuten, die hat da einen so, war sehr launig und sehr gut aufgelegt und wie gesagt, passiert nicht oft, aber da kam halt so ein bisschen was von ihrer, von ihrem Charme und ihrer Lustigkeit und ihrer, ja ihrem Humor irgendwie auch raus, wie man sie manchmal selten so öffentlich erlebt. Aber dann nahm das Unglück ja so ein bisschen seinen Lauf, denn diese Einweihung ist so richtig, richtig, richtig fett in die Hose gegangen. Aber der allererste Zugfilm kam doch sogar vor der Zeit. Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich auch ein bisschen geschlafen, die haben ja zwei Sonderzüge geschickt. Aha. Der eine glaube ich von Nürnberg los, der andere München, aber sind beide in Hamburg, in Berlin angekommen und die sollten eigentlich gleichzeitig ankommen. Und es kam aber erstmal nur dieser eine mit Merkel an und ich war dann auch so ein bisschen gestresst und hier und da und Hauptsache Bericht und fertig. Und ich habe dann völlig vergessen zu fragen, wo ist denn eigentlich der zweite Zug? Und der blieb nämlich schon mit Pannen und Problemen irgendwie auf dieser Strecke stehen und das war ja natürlich dann so ein Omen für das, was da kommen sollte. Nämlich an diesen ersten Eröffnungstagen, Sonntag und Montag, Dienstag, war das das reine Chaos. Also diese Strecke, die ja eigentlich super schnell ist, also diese Sprinter, die da fahren, diese EC3, die sollen in unter vier Stunden zwischen München und Berlin pendeln und das soll auch besser sein als das Flugzeug und erstmals Konkurrenz und so. Aber das ist monstermäßig in die Hose gegangen, die sind reihenweise auf der Strecke stehen geblieben. Es gab riesige Verspätungen, Züge sind überhaupt nicht gefahren, es war ein völliges Chaos und mittlerweile hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, zumindest aus Sicht der Bahn, woran es denn so gelegen hat. Und nach, sagen wir mal, Aussage von Birgit Bohle, im Vorstand der Bahn zuständig für den Fernverkehr, war das sozusagen eine unglückliche Vermengung von Wetter wieder mal und Softwareproblemen. Also das Wetter, sagt sie, war Eis und Schnee am Sonntag, wo erst mal 16 ICE ausgefallen sind. 16 von, wie groß ist die Flotte? Das weiß ich nicht, wie groß die Flotte ist, weiß ich nicht, aber 16 ICE ist natürlich schon mal eine Ansage, plus zwei weitere durch Wildunfälle, also dann waren es 18 ICE, die da ausgefallen sind. Aber ganz ehrlich, also sind denn diese Ausfälle der ICE wegen Wetter, sind die denn wirklich nicht zu vermeiden, ganz ehrlich? Also wir haben doch schon früher mal Schnee gehabt und Eis. Genau, also das ist natürlich immer so eine Frage, ich habe das auch gefragt, den Markus Hecht, der ist Professor für Bahnverkehrstechnik an der TU Berlin und den habe ich das auch gefragt. Und der sagte zu dieser Frage, wie kann das sein mit diesem Schnee? Und er sagte dazu? Also das war jetzt zu erwarten. Wenn Schnee kommt, dass man dann nicht mehr zurechtkommt, das ist eigentlich jedem klar, der sich mit der Thematik beschäftigt. Schnee ist ganz schwierig für die Eisenbahn, weil Eisenbahnen ja zwei Richtungsfahrzeuge sind und wenn der Zug in die eine Richtung fährt, dann lagert sich der Schnee an ganz anderen Orten ab als an der anderen und dann taut er wieder zum Teil auf und friert wieder neu ein. Also das ist eine ganz große Komplexität, da muss man sich stellen. Das ist zu erwarten, dass die nicht funktionieren bei Schnee. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach Bahnpropaganda, was der Mann da sagt. Ich glaube auch nicht. Das ist doch Bullshit. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, Philipp, ob du dich noch daran erinnerst, als wir ganz klein waren, gab es ein wunderschönes Plakat. Da gab es nämlich mal so ein Jahrhundertwinter, ich glaube das war 78, 79. 78, 79, genau. Da war ganz Deutschland zugefroren, man konnte irgendwie mit dem Auto von Nordfriesland rüberfahren nach Sylt. Und ja, also ich habe das nicht bewusst erlebt, sondern das habe ich jetzt auch noch als Erzählung. Auf jeden Fall, das war so ein richtig krasser Winter, wo auch die Bundeswehr eingesetzt werden musste, um irgendwie Leute auszubuddeln aus dem Schnee und so. Und in diesem Winter hat die Bahn bundesweit riesengroße Plakate aufgehängt, alle reden vom Wetter, wir nicht. Und auf dem Foto ein schöner ICE hier, Baureihe 103, diese weinrot-beigefarbenen Loks, die es früher immer gab. Und mal ganz ehrlich, das war eben früher kein Ding, die Bahn fuhr halt einfach. Und das kriegen die jetzt nicht mehr auf die Reihe und da muss ich einfach sagen, das ist doch Propaganda, wenn der uns erzählt, da kann man nichts machen. Also ich habe mit noch ein, zwei Bahnleuten telefoniert und die haben noch so ein paar andere Argumente gebracht, so nach dem Motto, ja, also was weiß ich, wenn ein ICE 3 mit 300 kmh über eine Piste fährt, wo noch Steine liegen, also Schotter liegt. Und es schneit, ja, dann bilden sich so Schotter-Schneebälle und wenn die dann von unten an, bei den hohen Geschwindigkeiten an die Züge schlagen, ist das ein Problem. Deswegen werden diese Schotterpisten abgebaut, dann heißt es ja, die Weichen frieren ein. Dann sagen sie, ja, wir haben ja aber Weichenheizungsanlagen im Frankfurter Hauptbahnhof eingebaut. Ja, die fallen dann aber aus, deswegen war irgendwie Riesenpanik jetzt in Frankfurt, weil diese Weichenheizungen aus sind. Also ich glaube, das weiß ich zufällig, also ich bin im Wahrlichen kein Bahnexperte, muss man immer dazu sagen, aber das mit den Weichen weiß ich zufällig. Früher standen an diesen Weichen Gasflaschen und dann gab es halt eine Gasflamme, ja, und die Flamme hat einfach dieses Metall erwärmt und da mussten dann aber alle paar Wochen diese Flaschen ausgetauscht werden. Da musste es also dann Wartungszüge geben, die rumfahren und die Gasflaschen wechseln. Da musste man irgendwie nachhalten, wie lange hält so eine Gasflasche und war nicht so ganz einfach und vor allem personalintensiv und das hat man jetzt irgendwie wegrationalisiert. Und siehe da, siehe da, diese ganzen modernen elektronischen Heizungssysteme sind aber dummerweise nicht so zuverlässig wie eine Gasflamme. Ich glaube, ich glaube, unterm Strich läuft es einfach daraus hinaus und das siehst du auch an anderen Infrastrukturen wie meinetwegen Frankfurter Flughafen oder so. Wenn du diese Infrastrukturen und diesen Verkehr in allen Situationen aufrechterhalten willst, ja, bei Frost, bei Schnee, bei Regen, bei Sturm, dann ist es teurer. So, das kostet einfach Geld, um diese Infrastrukturen fit zu halten für diese Bedingungen. Ja, und man darf vor allem nicht bewährte Systeme, die möglicherweise etwas personalintensiv sind, kaputt sparen. Also gerade das mit den Weichen, finde ich, zeigt, vielleicht kann da ja noch ein richtiger, echter Bahnexperte was dazu sagen in den Kommentaren für diese Folge. Aber soweit ich das wahrnehme, ist das eine Sparmaßnahme, dass man umstellt von den jahrhundertelang fast bewährten Systemen auf irgendein modernes System, das dann aber dummerweise ausfällt. Oder wofür brauche ich denn eine Weichenheizung? Natürlich dafür, wenn es kalt ist, ja, die muss nicht im Sommer funktionieren, da friert die Weiche nicht ein. Also ich finde auch, es ist, also ja, wenn dann irgendwie meterhohe Schneewehen auf den Schienen liegen und man da nicht mit 300 durchknallen kann, okay. Aber ich finde, die Bahn muss in der Lage sein, wenn mal ein bisschen Schnee fällt. Ich meine, das waren doch keine Massen, da fiel ein bisschen Schnee und das war mal um Minusgrade, ja. Das darf nicht dazu führen, dass da 16 ICE ausfallen und die Weichen einfrieren und so. Angeblich sind die dabei, sozusagen diese von Medorn ja verursachten angeblich, sagen wir mal, Infrastrukturprobleme wegen Einsparungen langsam zu beheben. Aber das finde ich, das geht nicht, das ist nicht hinnehmbar. Okay, aber das waren jetzt diese Züge, die alle ausgefahren sind, aber das ist ja noch ein Nebenthema neben dieser Schnellstrecke, oder? Richtig, genau. Und dann kam nämlich dazu, dass vier von diesen 18 ICEs waren eben auch ICEs, die mit diesem European Train Control System ausgerüstet sind, also ECTS. Genau, das ist so eine automatische Zugbeeinflussung. Ja, das muss man sich vorstellen, lange war halt Zugbeeinflussung, war halt Signal, Zugführer Signal hält halt an, wenn er Signal sieht und wenn er nicht anhält, gibt es einen Magneten im Gleis, der ihn bremst. So, das ist natürlich für das 21. Jahrhundert irgendwie nicht mehr so das Ding und deswegen gibt es seit, weiß ich nicht, seit Anfang, Ende der 90er schon diesen Standard digital, wo man sagt, okay, Züge sollen halt ohne Signale fahren, werden auch aus der Ferne gesteuert. Der Zugführer hat ein Display, da sieht er, wie die Strecke vor ihm aussieht, wo er fahren darf, wo er halten muss, wo er nicht fahren darf. So, und dieses System, das gibt es interessanterweise in Europa weniger als außerhalb von Europa, obwohl es eigentlich ein europäischer Standard ist. In Deutschland gibt es das, soweit ich weiß, nur auf dieser Strecke München-Berlin. Seit dem Fahrplanwechsel 2015 wurde auf ein Teilstück das eingeführt und jetzt ist es sozusagen auf der ganzen Strecke. Ja, es gibt aber auch schon, also es gibt noch zwei weitere Strecken, wo man diese Züge aber braucht, das sind nämlich die grenzüberschreitenden Verkehre von Deutschland nach Wien, soweit ich jetzt in der Süddeutschen gelesen habe und von Deutschland nach Brüssel. Und das ist auch das Problem, dass also nur ganz wenige Züge mit diesem ETCS schon ausgerüstet sind und die sind größtenteils gebunden auf diesen Auslandsstrecken. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht einfach irgendeinen ICE umlenken. Also das ist glaube ich, das ist schon auch überzeugend, dass wenn du sagst, okay, wir haben, um auf diesen Strecken fahren zu können, brauchst du ICEs, die mit diesem ETCS ausgerüstet sind. Davon gibt es logischerweise eine limitierte Anzahl. Die Bahn sagt, wir hatten genug, aber es ist eben limitiert. Na, es ist halt mal ganz ehrlich, das ist doch schon wieder so ein Punkt, da muss man einhaken, Philipp. Das ist natürlich genug, wenn alles klappt, ja, aber sie haben halt einfach überhaupt keinen Spielraum. Und das ist doch das alte Problem, dass die Bahn immer so auf quasi Rationalisierung gepeitscht wird. Es soll alles möglichst gar nichts kosten und deswegen ist einfach kein Spielraum. Wobei man sagen muss, es dauert halt auch, solche Züge bauen zu lassen. Ja gut, aber gut, diese Strecke wurde jetzt seit 26 Jahren, mit allen Pausen wurde das Ding seit 96 Jahren gebaut. Das kam jetzt nicht überraschend, dass die da fertig wird und eröffnet werden soll. Und wie gesagt, es sind vier von diesen ICEs auch noch ausgefallen mit diesem ETCS. Okay, die fehlen dann halt und dann waren es eben doch nicht genug, ja, muss man einfach sagen. So, die sind also ausgefallen und plus, ja, das muss man jetzt noch dazu sagen, von denen, die dann gefahren sind, von den ICEs auf dieser Strecke, gab es halt welche, wo dieses System an Bord der Züge nicht funktioniert hat. Ach, also, okay. Das ist so der Plan. Wenn es halt irgendwie unklar ist, was Phase ist, dann hält er halt aus Sicherheitsgründen an. So, ne. Und dann gab es noch Probleme mit diesen ICE 3. Das sind diese ICEs, die 300 kmh fahren können. Da sagt sie aber, das war wohl relativ schnell gelöst, weil da, was weiß ich, zum Teil einmal der Radabstand falsch eingegeben wurde. Naja, gut, dann denkt das System, es ist irgendwie, der eine Radabstand, bei dem einen Radsatz denkt er, wir sind bei Kilometer X, bei dem anderen denkt er, wir sind bei Kilometer X plus 300. Dann gibt es Irritationen, dann hält er an. Das sagt sie, das haben sie korrigiert. Aber diesen ICE 1, da sind sie wohl dran. Sie sagt, das ist kein Systemproblem. So, mag sein, dass sie das bis Ende der Woche wie angekündigt hinkriegen. Mag sein, dass sie das bis Weihnachten alles wieder einsortieren. Aber es ist eine Riesenpeinlichkeit. Ja, das muss man leider sagen. Es ist wirklich extrem fein. Also, da kannst du sagen, das darf einfach nicht passieren. Nee, das darf einfach nicht passieren. Die haben tausend Probefahrten angeblich gemacht. Ja, das kann einfach nicht wahr sein. Aber nochmal ganz ehrlich, Stichwort ICE-Spitzengeschwindigkeiten. Ich habe das gerade nochmal nachrecherchiert. Schon in den 30er Jahren gab es ja zwischen Berlin und Hamburg eine Schnellfahrstrecke, der mit dem sogenannten fliegenden Hamburger betrieben wurde. So ein Schnellzug eben in den 30er Jahren. Und dafür wurde die Strecke auch für Geschwindigkeiten immerhin von bis zu 200 Stundenkilometern ausgebaut. Und das gute Stück brauchte auch nur zwei Stunden und ein paar Minuten. Also unwesentlich, unwesentlich eine Viertelstunde länger etwa als heutige ICEs. Und mit Verspätung sind die ICEs heute sogar eher langsamer. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind mir keine Probleme mit Schnee und Eis bekannt. Also irgendwie scheint es mir einfach so zu sein, dass die Bahn einfach ganz extrem auf Kante näht. Es fehlt halt einfach immer wieder so ein bisschen Spielraum. Es fehlen die Ersatzzüge, wenn mal einer ausfällt. Die Züge als solche sind viel zu wackelig. Man denke an diese Heizungs- und Klimaanlagenprobleme. Da habe ich zum Beispiel jetzt gelesen, dass die neuen ICEs, die jetzt angeschafft werden sollen bis 2030, werden also eine ganze Menge Züge angeschafft. Und die bekommen jetzt zwei getrennte Heiz- und Kühlsysteme. Weil man eben so die Erfahrung gemacht hat, dass diese Dinger ständig ausfallen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine völlig neue Idee, dass so eine Klimaanlage mal ausfallen kann. Warum haben die eigentlich nicht von vornherein zwei gehabt? Ich kann mir das auch nur so erklären, dass Medan da das Ding zurechtgespart hat und auf Aktienkurs trimmen wollte und auf Börsengang und auf Gewinn und deswegen einfach weggestrichen hat, was nicht unbedingt ihm nötig schien. Und was ich mich immer frage ist, okay, jetzt kriegen sie das hin, ist das dann damit nicht gut? Also mal angenommen, die schaffen, wenn sie es bis Weihnachten nicht hinschaffen, dann ist sie vielleicht auch nicht mehr zu helfen. Aber angenommen, die kriegen das jetzt bis Ende der Woche, das ist ja jetzt auch schon Freitag und jetzt in der nächsten Woche hin und dann war es halt ein schlechter Start von einem komplizierten System. Aber der Imageschaden ist enorm. Und ich glaube auch, warum ist Image so wichtig? Also ich glaube, Image zum Beispiel ist auch wichtig, um gute Leute zu kriegen. Ja, wenn du dann irgendwann dieses Gefühl hast, du arbeitest bei so einer Gurkentruppe, die sich für die größten Ingenieure der Welt hält, aber sowas dann nicht im Zweifel eben doch nicht richtig hinkriegt. Gut, sie haben diese Bahnstrecke gebaut, das war kompliziert und ein riesen Infrastrukturverfahren und so. Schön, ja, da brechen jetzt keine Brücken zusammen, aber dass sie das nicht hinkriegen, ihre Züge so einzurichten, dass sie da auf dieser Strecke pannfrei fahren mit einer ausreichenden Vorbereitungszeit und tausend Testfahrten, das verwundert schon. Ja, das verwundert schon. Und da fragt man sich einfach, wie kann das sein? Ist da einfach das Bewusstsein nicht da, dass das vor allem funktionieren muss? Ganz ehrlich, also ich meine, das ist natürlich schon eine große Ingenieursleistung, aber sie hat wahnsinnig lange gedauert. Das als solches ist schon eher peinlich, das muss nicht 26 Jahre dauern. Klar, es gab mal einen Baustopp, den Rot-Grün verfügt hatte 1999, also es ist jetzt nicht nur Schlampereien bei der Bahn, aber es hat schon bemerkenswert lange gedauert. Und dann wird einfach bei dem Staat nicht darauf geachtet, dass es einfach vor allem mal funktioniert. Und da muss man sagen, würde ich mir ja die politischen Prioritäten wünschen, die auf eine zuverlässige Bahn gerichtet sind. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, ist im Grunde ein Parallelproblem zum Gesundheitswesen. Genauso wie das Gesundheitswesen, insbesondere Krankenhäuser aus meiner Sicht nicht Gewinne machen müssen, sondern im Wesentlichen mal eine ideale Patientenversorgung leisten sollten. Genauso sehe ich das auch mit dem Bahnsystem. Das muss keine Gewinne machen. Im Gegenteil, das soll einfach Menschen zuverlässig, möglichst komfortabel und möglichst umweltschonend von A nach B bringen. Ja, in dem Fall ist es jetzt aber so, dass glaube ich dieses Problem einerseits ist, okay, das Schienennetz ist die Infrastruktur, das sollte vielleicht anders betrieben werden, separat und nicht gewinnorientiert. Aber in dem Fall waren es jetzt halt Probleme auf den Zügen. Ja gut, aber das ist doch, ob nun die Gleise oder die Züge, jedenfalls mal hat die Bahn sich nicht so drum gekümmert, das nicht so geplant, nicht so quasi solide ausgelegt, robust ausgelegt, nicht so gut getestet. Das ist verdammt nochmal einfach funktioniert. Wie das im Einzelnen zustande kommt, meine Güte, da findet man dann immer irgendein technisches Problem und irgendeinen Ingenieur, den man feuern kann. Aber das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist quasi aus der Vogelperspektive, dass die Bahn das doch auf die Reihe kriegen muss. Und vor allem, wenn du dann anhörst, ich habe in dieser Telefonkonferenz mit der Bohle da gesessen und musste dann auch schon so ein bisschen Stirn runzeln, wenn es dann auf einmal hieß, ja, es ist dann so sinngemäß, war dann auch einigermaßen fehlerfrei und die meisten ICE sind dann auch einigermaßen pünktlich angekommen. Und so, ja, der hatte dann so zehn Minuten, Viertelstunde Verspätung in München oder so, wo man dann denkt, zehn Minuten, Viertelstunde Verspätung, darüber freut ihr euch jetzt? Nur zehn Minuten, zehn Minuten. Also das ist jetzt der Maßstab, wo läuft ja nach Plan so, weil der ICE ist ja nur Viertelstunde zu spät in München angekommen, das kann es nicht sein. Also die haben ja jetzt schon gesagt, dass sie ihre Pünktlichkeitsziele da bei 80 Prozent nicht halten werden. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es doch, vielleicht ist dieses konkrete Ding mit der Software kein systematisches Problem, kein systemisches Problem, aber diese Qualitätssicherung und sagen wir mal Redundanz und Ausfallsicherung gegen Schnee ein bisschen, das scheint mir doch ein systemisches Problem. Also, und ich meine, das Stichwort WLAN wollen wir gar nicht erst anschneiden. Nee, also ich nutze das nicht. Nee, ich nutze das bislang mal meinen eigenen Hotspot und der funktioniert dann leider besser als der von der Bahn. Na gut, egal. Auf jeden Fall, der Appell wäre bei der Bahn einfach darauf zu achten, dass die Dinge verdammt nochmal funktionieren. Ihr müsst da, es ist wunderbar, wenn ihr hochfliegende Pläne habt, aber es muss vor allem funktionieren. Umsteigeverbindungen müssen funktionieren, Züge müssen funktionieren und dann schauen wir weiter. Ja, apropos funktionieren, was momentan auch überhaupt nicht funktioniert, das haben wir in der letzten Woche schon angedeutet und das verschärft sich in dieser Woche, ist der Brexit. Ja, da muss man sagen, ob das so schlimm ist, wenn der Brexit nicht funktioniert, möglicherweise, wenn er gar nicht zustande kommt, wäre das vermutlich für die allermeisten Menschen von Vorteil. Aber momentan fährt der Zug ja noch auf dem Gleis in Richtung Brexit und da muss man sagen, ist jetzt aber doch noch der ein oder andere Stolperstein dazugekommen, Philipp. Ja, weil das Parlament in London gesagt hat, ja, wir hätten gerne ein Veto. Also May hatte denen wohl so präsentiert, ja, ihr könnt dann zustimmen, aber das war wohl mehr so eine Frist-oder-Stirb-Nummer. So entweder ihr stimmt dem zu, wie ich das ausverhandle oder ihr lehnt es halt ab, dann gehen wir halt raus mit einem Cold Brexit und einem Hard Brexit und das hat das Parlament nicht akzeptiert, sondern die haben jetzt gesagt, wir wollen diese Regelung, die du da vereinbarst, in ein Gesetz gießen. Das wollen wir darüber, wollen wir abstimmen, wir wollen da auch mitreden, ja, eventuell Änderungswünsche anbringen, etc., etc. Also nicht einfach nur Frist-oder-Stirb, sondern richtig mitgestalten und am Ende vielleicht auch sagen können, nein, so geht's nicht. Genau, und das ist natürlich sehr interessant, diese Idee, so geht's nicht, denn da fallen quasi die Vorstellungen der Briten und die Vorstellungen des Europarechts jedenfalls auf den ersten Blick auseinander, denn nachdem die Briten im Frühjahr quasi den Austritt in Brüssel bekannt gegeben haben, läuft eigentlich eine Zwei-Jahresfrist. Also Artikel 50 des EU-Vertrages, der den Fall eines Brexit oder generell eines Austritts aus der Europäischen Union regelt, der statuiert eigentlich so eine Art Automatismus, dass wirklich zwei Jahre nach dieser Austrittsmeldung oder nach der Mitteilung des Austrittswunschs ohne wenn und aber ein Austritt zustande kommt. Das ist eben, wenn kein Abkommen zustande kommt, bis dahin ein sogenannter Cold Brexit, wo einfach dann, das haben wir in der Lage im letzten Jahr ganz ausführlich diskutiert, Großbritannien quasi in die Lage zurückversetzt würde wie irgendein afrikanischer Staat und dann haben Kommentare uns darauf hingewiesen, dass es fast noch schlimmer wäre, denn mit Drittstaaten außerhalb der EU gibt es normalerweise noch Handelsabkommen und die gibt es mit Großbritannien wegen des Binnenmarkts heute einfach nicht mehr. Das heißt also dann wäre ein extrem, wie soll ich sagen, extrem schlechter Rechtsstatus oder Rechtszustand zwischen Großbritannien und der EU zustande gekommen. Und dieses Veto, das macht natürlich für Mai, das macht für alle das Leben schwerer, für Mai sowieso, weil sie da jetzt noch ihrem Parlament quasi das irgendwie nahe bringen muss, das macht den Zeitplan eng, weil natürlich jetzt das Parlament immer noch gefragt werden muss, am Ende steht immer noch das Fragezeichen, stimmt die denn auch zu, haben die Änderungswünsche, müssen die eingearbeitet werden etc. Das macht das Verhandeln für die EU schwieriger, weil sie natürlich jetzt noch mehr Rücksicht nehmen müssen und wie gesagt dieser ohnehin enge Zeitplan kaum noch zu halten oder vielleicht kaum noch zu halten sein wird, jedenfalls noch schwieriger wird zu halten sein. Also eigentlich ist ja jetzt schon nicht zu halten, wenn man ganz ehrlich ist, also diese Feststellung in der vergangenen Woche, dass die zweite Runde der Verhandlung eingeleitet werden kann, kann man ja im Grunde nur politisch verstehen. Also eigentlich haben wir ja denke ich sehr schön dargestellt in der Lage, dass da eine ganze Reihe offener Fragen bestehen, die man eigentlich noch hätte klären müssen und die teilweise auch völlig unlösbar sind. Genau, wo dann einfach gesagt wurde, wir hätten das, wir hätten das, wir hätten das und wo man sagt, ja okay, wie wollt ihr das und dann klären, weiterhin offen und nichtsdestotrotz findet in dieser Woche eben dieser EU-Gipfel statt und der wird wahrscheinlich auch diese zweite Phase einläuten, wo es dann also um eine Übergangsphase geht nach dem Austritt und vor allen Dingen dann um ein Handelsabkommen mit den Briten. Nichtsdestotrotz, das wird wohl passieren, denke ich, aber wir wollten diesen Gipfel auch nochmal zum Anlass nehmen. Ja, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Thema. Wir haben ja noch nicht quasi die Auflösung des Problems präsentiert. Ah, mach das doch mal. Und zwar, wie gesagt, wir haben jetzt das große Problem europarechtlich betrachtet, gibt es keinen Stopp mehr, der Brexit passiert, Anfang 2019, jetzt will das britische Parlament mitreden und die Frage ist, wie löst man das eigentlich alles auf? Also möglicherweise könnte es einfach darauf hinauslaufen, dass das in Großbritannien nochmal wieder abgestimmt werden muss über den Brexit. Wie das dem Einzelnen passiert, ist noch nicht so ganz klar, aber es könnte einfach sein, dass die Briten intern schlicht sagen, wir treten doch nicht aus. Diese Möglichkeit gibt es halt auch jetzt wieder. Die ist jetzt wieder auf dem Tisch, gerade von Labour wird die wieder stark gemacht. Und mal ganz ehrlich, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass eine Brexit-Abstimmung, wo quasi mal Fakten auf dem Tisch liegen, wo nicht so Wolkenkuckucksheim angesagt ist, wie bei der ersten Brexit-Abstimmung, sondern wo dann einfach ganz klar geregelt ist, diese Landwirtschaftssubventionen fallen weg, dieses und jenes sonst was fällt weg, diese Briten müssen zum Beispiel, keine Ahnung, aus Spanien zurück nach Hause. Die Finanzölle werden uns erwarten, wir können da und da nicht mehr hinliefern, Bankensystem, Geldaustausch geht alles anders. Ja, also mit anderen Worten, wenn wirklich mal klar ist, was ein Brexit bedeutet, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob es nochmal eine Mehrheit geben würde. Also diese Brexit-Abstimmung war ja denkbar knapp und das, nachdem man den Leuten, muss man so deutlich sagen, monatelang das Blau auf den Himmel runtergelogen hat, was so ein Brexit bedeuten würde. Also das ist alles andere als klar. Dann stellt sich nur die Frage, wie setzt man das dann auf europäischer Ebene um und dafür hat der EU-Vertrag letztlich keine Regelung. Es gibt die Möglichkeit, die Frist zu verlängern für den Austritt, das könnte man aber nur einstimmig, das müsste man dann also schauen, ob man überhaupt eine Mehrheit findet. Ansonsten tritt quasi eine europa-verfassungsrechtlich völlig ungeklärte Situation ein, wenn ein Mitgliedstaat, der mal den Austritt notifiziert hat, dann aber sagt, wir wollen jetzt doch nicht mehr austreten. Da müsste man schauen, was passiert. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, wenn eigentlich sich alle einig sind, also wenn Großbritann nicht mehr austreten will und die anderen Mitgliedstaaten auch, dass man halt einfach einen Beschluss fasst, dass man dieses ganze Brexit-Thema beerdigt. Das wäre aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, dass man also diese Verlängerung, auch wenn das der EU-Vertrag so ohne weiteres nicht vorsieht, quasi permanent macht und sagt, das war's. Und kann man denn diesen EU-Vertrag ergänzen? Sagen so Austritt, ja und wenn ihr dann zurück wollt, okay. Man könnte natürlich auch den EU-Vertrag ergänzen, das ist aber nicht mehr realistisch innerhalb des Zeitraums. Natürlich kann man den Vertrag ändern, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen allen Mitgliedstaaten der EU. Wenn das sowieso alles einstimmig durchgehen muss, weißt du? Ja, eben, aber das Problem ist ja, dass es eben nicht nur durch die Parlamente der Muslim-Mitgliedstaaten, sondern in einigen Mitgliedstaaten müssten auch Volksabstimmungen stattfinden, möglicherweise. Das wäre dann wiederum nach den nationalen Verfassungen zu entscheiden. Zum Beispiel erinnern wir uns an den Europäischen Verfassungsvertrag, der ja in Frankreich und ich glaube noch in den Niederlanden, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall in Frankreich in einem Referendum gescheitert ist. Ich glaube in 2005. Das ist also nicht so ganz einfach, den EU-Vertrag zu ergänzen. Jetzt können wir aber nach Brüssel kommen zum Gipfel, oder? Ja. Genau, dann machen wir das mal. Also der Gipfel findet statt und wie gesagt, ein Teil wird sein, dass diese zweite Runde der Brexit-Verhandlungen eingeläutet wird. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen uns mal ein bisschen zurücklehnen und das mal zum Anlass nehmen, um mal so auf die EU insgesamt zu gucken. Also da türmen sich gerade so ein paar Sachen, Aussagen, Probleme, die einen schon ein bisschen nachdenklich werden lassen können. Das eine ist natürlich der Brexit. Das andere ist jetzt, dass der Ratspräsident Donald Tusk aus Polen gesagt hat, ja, dieses Flüchtlingsabkommen, beziehungsweise diesen Austausch, ja, das funktioniert nicht. Aber es ist generell auch doof. Also er ist ineffektiv und spaltet alle. Also das hat viele schockiert, weil natürlich viele osteuropäische Länder seit langem Kritik daran üben, dass Flüchtlinge gleich nach einem bestimmten Schlüssel möglichst gerecht über die EU verteilt werden sollen. Das passiert jetzt schon nicht. Aber wenn sich der Präsident auch noch hinstellt und sagt, es ist eh doof und wir wollen das eigentlich auch gar nicht, dann ist das Ding, naja, ich will nicht sagen de facto tot, aber das tut dem natürlich nicht gut. Ja, das führt jetzt dazu, dass auf diesem Gipfel wieder über diese Flüchtlinge debattiert wird. Ja, und wieder über diesen Brexit, okay, das war planmäßig, aber zum Beispiel völlig unter den Tisch fällt, zum Beispiel diese progressiven und sagen wir mal so eine in die Zukunft gerichteten Reformen, wie Macron sie angekündigt oder zumindest vorgeschlagen hat. Das muss man jetzt nicht alles gut finden, aber statt mal zu überlegen, wie wir diese EU für die Zukunft fit machen können, reformieren können etc., wird wieder über dieses Flüchtlingsthema geredet. Und das finde ich, das kann einem nicht gefallen. Und dann noch dazu eben vor dem Kontext dann zu sehen, dass wir über Monate in Deutschland keine Regierung haben werden, die da mit Autorität wird auftreten können. Das ist wahr. Ja, das ist, das gilt aber ja nicht nur, also das ist natürlich richtig Philipp, was du jetzt über die akute Situation sagst, aber ich glaube, das gilt generell für die Situation der EU, dass einfach viel zu wenig Diskurs stattfindet darüber, was man tun müsste, um die EU fit zu machen für die Zukunft. Ja, aber man stellt sich jetzt nur mal vor, man stellt sich nur mal vor, Merkel und Deutschland hätte einen Plan, die hätten jetzt eine Regierung, die hätten sich ein progressives EU-Programm verpasst in den Koalitionsvertrag und könnten jetzt mit Macron da die Agenda bestimmen. Wäre ein anderes Bild. Wäre ein völlig anderes Bild. Und man müsste nicht Leuten wie Tusk irgendwie und diesen Xenophoben Polen, Ungarn, Tschechien die Bühne da überlassen. Das ist richtig. Die stoßen im Grunde in so eine Art Machtvakuum. Das kann man nicht anders sagen. Und man sieht auch, dass Macron alleine dieses Vakuum eben nicht füllen kann, obwohl er ja doch jedenfalls innenpolitisch relativ unangefochten ist, aber das funktioniert alleine eben auch nicht. Ja, eigentlich finde ich das persönlicher oder finde ich persönlich eine Situation, in der der deutsche Einfluss in der EU mal so ein kleines bisschen zurückgedreht werden könnte. Also ich bin persönlich immer etwas unsicher, ob das so gut ist, wenn deutsche Politik die EU so dominiert, wie das in den letzten Jahren häufig der Fall war. Aber auf der anderen Seite sieht man, wenn deutsche Politik eben keine Akzente setzt, dann tut es auch sonst irgendwie keiner. Also Macron hat es versucht, aber man sieht an, das reicht eben leider nicht. Also ich denke auch, das gibt zur Sorge Anlass. Vielleicht Philipp, so innere Notiz, lass uns da mal am Ball bleiben, uns ein bisschen mehr Gedanken noch machen, was könnte denn jetzt Schritte sein, damit die EU sich fit macht für die Zukunft. Apropos fit für die Zukunft, wir haben von einer Wahl zu berichten und zwar auf der anderen Seite des Atlantik. Dort war ein Sitz im amerikanischen, im US-Senat frei geworden und zwar, weil Jeff Sessions Attorney General geworden ist, also quasi Justizminister und oberster Ankläger in den USA. Aber deswegen musste sein Sitz im Senat nachbesetzt werden. Es gab also eine Nachwahl zwischen zwei Kandidaten, Roy Moore und Dove Jones und da muss man ehrlich sagen, war Roy Moore schon ein ganz besonderes Früchtchen, Philipp. Ja genau, also Roy Moore, klar, Republikaner in Alabama, also erzkonservativ sowieso schon. Also das Land. Das Land, der Staat. Der Staat und Roy Moore hatte schon sowieso eine ziemlich umstrittene Vergangenheit, bevor er da kandidiert hat. Also der wurde glaube ich zweimal aus dem Amt gejagt und so, aber im Kern haben ihm Probleme gemacht, eben Vorwürfe, dass er minderjährige Frauen belästigt hat, kann man das so sagen. Vor langer Zeit, aber immerhin. Vor langer Zeit, so, also da gab es wohl schon sehr, sagen wir mal, kredible Aussagen und Zeugenaussagen und Berichte, sodass selbst, und das war glaube ich ziemlich entscheidend, ganz führende republikanische Vertreter gesagt haben, den kann man nicht wählen. Nee. Also Mitch McConnell. Prominente Republikaner. Ja, prominente Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, hat gesagt, ich glaube diesen Frauen, Roy Moore kann man nicht wählen, viele andere haben es auch gesagt, wir glauben diesen Frauen, wir haben keinen Grund zu zweifeln. Selbst Jeff Sessions hat gesagt, ich habe keinen Grund an diesen Frauen zu zweifeln. Also da sind ganz viele Republikaner, haben irgendwann gesagt, ey, diesen Roy Moore, sorry, den könnt ihr echt nicht wählen, wählt vielleicht einen anderen, man kann da ja auch immer noch andere Kandidaten auf den Zettel schreiben, aber wählt nicht den. Der Einzige, der gesagt hat, wählt Roy Moore, ist Donald Trump. So, der hat gesagt, irgendwie, do it. The Donald. The Donald. Wahrscheinlich, weil er dachte, okay, wenn Roy Moore da ist, der wird für alles stimmen, was ich da oder wir da im Senat präsentieren. Jetzt ist es anders gekommen, knapp, aber immerhin hat der Demokrat in Alabama gewonnen. Das ist schon eine ziemliche Sensation. Das ist eine Riesensensation, ja. Also mit 20.000 quietsch Stimmen, Roy Moore hat es, glaube ich, immer noch nicht richtig anerkannt, das Ergebnis, wenn ich das so richtig sehe. Er will noch Nachzählungen, er hat auch so ein bisschen gekämpft noch. So, aber das scheint jetzt nicht valide zu sein, also der hat gewonnen, der Demokrat in Alabama und das ist natürlich in mehrerer Hinsicht interessant. Einmal haben die Republikaner jetzt in diesem entscheidenden, in diesem entscheidenden Unterhaus, dem Senat, nur noch eine Stimme Mehrheit. Unterhaus? Unterhaus heißt es nicht. Also wenn, dann Oberhaus. Wenn, dann Oberhaus. Ja. Nur noch eine Stimme Mehrheit und das heißt also, wenn ihnen eine republikanische Stimme im Senat abhanden kommt, dann kommt Mike Pence und stimmt im PAD dafür. Das heißt ja, sie haben de facto zwei, um quasi eine Mehrheit zu verlieren. Es geht jetzt immer um zwei Senatoren. Langsam schon langsam eng. Das muss man sagen. Das wird langsam eng, um da Projekte noch durchzukriegen. Die andere Frage ist natürlich, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Ära von Donald Trump zu Ende geht? Wenn jetzt so viele Republikaner sich, sagen wir mal, gegen einen Kandidaten wenden, den er unterstützt hat bis zum Schluss, wenn seine Unterstützung, sein Wort, seine mehrfache Unterstützung diesem Kandidaten nicht hilft. Man weiß nicht, ob es geschadet hat, aber definitiv nicht hilft. Ja und wir im November nächsten Jahres diese Wahlen haben, die, du hast es nachgeguckt, das komplette Repräsentantenhaus neu wählen. Ja genau, also da lassen wir uns mal erstmal bei Trump bleiben. Was bedeutet das für Trump? Also ich würde mal sagen, wir haben hier Sondereffekte. Wiedermur ist ja auch ein ganz besonderer Kandidat gewesen. Ich finde das jetzt ein bisschen schwierig zu abstrahieren, ob das jetzt tatsächlich dazu führt, oder dass es den Schluss zulässt, dass Donald Trump irgendwie seine besten Jahre hinter sich hat. Das hat man schon zu oft gedacht. Das hat man schon zu oft gedacht, der macht krasse Sachen und es hat auch immer schon Leute im Senat gegeben, die ihm nicht gefolgt sind. Typischerweise waren es allerdings auch Leute, die selber ihren Senatssitz schon quasi aufgegeben hatten, die sowieso nicht mehr wieder gewählt werden wollen und so. Man muss einfach deutlich sagen, ja, es gibt auch bei den Republikanern Leute, die sich von Trump absetzen, aber in der breiten Masse eben nicht und insbesondere nicht in der Wählerschaft, die ihn gewählt hat. Er hat zwar miserable Zustimmungswerte, aber die Kernwählerschaft bröckelt eben nicht ab. Also da muss man ganz deutlich sagen, das ist alles andere als klar, logisch. Ich meine, Trump hatte Alabama mit 28 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen, das ist enorm und jetzt hat dieser Senatskandidat verloren. Das heißt also immerhin 30 Prozent der Wählerschaft haben sich jetzt quasi anders entschieden. Jedenfalls, wenn man nach Parteifarben gehen will, das ist ein deutliches Signal, aber das ist lange noch nicht das Ende von Trump. Spannend wird es eben bei diesen Zwischenwahlen, Philipp, du hast es erwähnt, das Repräsentantenhaus 435 Sitze wird komplett neu gewählt und im Senat wird immerhin ein Drittel neu gewählt. Und das sind 33 Sitze, die da neu gewählt werden müssen und die Mehrheit der Republikaner sind bislang, also nach dieser Wahl jetzt eine Stimme mit Mike Pence, dann haben sie zwei Stimmen mehr oder Mike Pence gibt eben beim PAD den Ausschlag. Aber 33 Stimmen, da können schon mal einige kippen. Es gibt natürlich auch schon einige Vorhersagen, welche kippen könnten, aber das wird jedenfalls sehr, sehr eng. Das muss man deutlich sagen, das wird sehr, sehr eng für Trump im Senat, aber erst dann kann man es wirklich entscheiden. Wenn da tatsächlich eine Wende kommen sollte, dann wäre das vor allem deswegen bedeutsam, weil er ja gegen den Senat keine Beamten und keine Richter ändern kann. Und es läuft zur Zeit so etwas hinter den Kulissen, wirklich eine konservative Revolution in der amerikanischen Justiz insbesondere, weil Richter ja auf Lebenszeit ernannt werden. Das heißt, die erzkonservativen Leute, die Trump da jeweils auswählt, werden 20, 30, 40 Jahre auf irgendwelchen Richterjobs sitzen. Und das würde natürlich weit über die Lebensspanne und die Amtszeit von Donald Trump hinaus die amerikanische Gesellschaft beeinflussen, wenn da so erzkonservative in der Justiz den Ton angeben. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, was im Senat passiert. Das Repräsentantenhaus werden die Republikaner sehr, sehr wahrscheinlich behalten. Da müsste es schon Erdrutschverschiebungen geben und zwar deswegen, Stichwort Gerrymandering, weil republikanische Mehrheiten auf Staatenebene beim sogenannten Districting, also bei der Einteilung der Bundesstaaten in Wahlbezirke, sehr skurrile Wahlbezirke zugeschnitten haben. Also möglichst immer so, dass alle demokratisch wählenden Stimmbezirke zusammengefasst sind. Das heißt also, dann gewinnen Demokraten zwar mit 60, 70 Prozent einzelne Stimmbezirke, aber alle anderen gewinnen dann die Republikaner. Da gibt es irgendwie Wahlbezirke, die sehen aus wie eine Banane, da gibt es welche, die sehen aus wie eine Bratpfanne, also ein ganz langer, völlig zerstückelt, völlig mit Riesenkurven und so. Genau und das legen eben die Bundesstaaten fest, wie auf ihrem Territorium gewählt wird, auch für Wahlen eben zum Federal House of Representatives und da haben sich die Republikaner über die Jahre eine fast uneinnehmbare Festung gebaut. Muss man sich auch mal überlegen, also wenn jetzt irgendwie eine Mehrheit im Bundestag das so zuschneiden würde, dass sie nicht mehr abgewählt werden kann. Gibt es aber doch auch vor dem obersten Gerichtshof eine Klage oder was? Läuft die schon? Ist die schon angenommen? Es gibt immer wieder Klagen gegen das Gerrymandering, aber soweit ich weiß, jedenfalls ist da keine Entscheidung ergangen, die das mal grundsätzlich endet. Nein, das ist ja nicht, aber ich glaube da ist was sozusagen in der Pipeline, die sich das mal vornimmt, jedenfalls, also so ist die Lage jedenfalls. Und sodass man da jetzt von dem Anfang vom Ende von Trump reden kann, das glaube ich, das würde zu weit gehen, aber… Das ist ein deutliches Signal, aber ich glaube, da gibt es so viele Sondereffekte, du weißt einfach nicht, was war jetzt Moore und wobei man, und dann muss man natürlich auch sagen, bei weißen Wählerinnen und Wählern hatte Moore weiterhin 70 bis 75 Prozent, ich glaube Männer 75 Prozent, Stimmanteil weiße Frauen 70 Prozent. Weiße Frauen 70 Prozent, obwohl der eben jedenfalls unter den Vorwürfen steht, Frauenständer oder Kinderständer zu sein. Er bestreitet das. Er bestreitet das, ja, ja. Muss man dazu sagen. Es gibt Vorwürfe. Also das ist schon wirklich alles ziemlich hart. Der Hintergrund ist wohl, dass sich relativ viele Menschen mit Migrationshintergrund und sehr relativ viele farbige Menschen zur Wahl angemeldet haben. Das hat also relativ gut geklappt, also die Demokraten haben sich so, oder arbeiten ja daran, sich von ihrer riesen Niederlage im letzten Herbst zu erholen und eine Methode ist jetzt eben systematisch sich darum zu kümmern, dass eben sich Menschen für die Wahl anmelden. Das ist ja nicht wie bei uns, wenn du gemeldet bist, kriegst du eine Einladung zur Wahl, sondern in Amerika muss man sich immer erst mal anmelden, Voter Registration und gerade republikanische Bundesstaaten versuchen diese Registration so schwierig wie irgendwie möglich zu machen. Da musst du dann irgendwie Geburtsurkunden vorlegen und so, also Führerschein reicht nicht. Da gibt es, wir haben das eben nicht. Gibt es, genau. Und zwar insbesondere gerade arme Menschen und schwarze Menschen haben eben sehr häufig diesen Papierkram nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ein Weißer, der irgendwie seit zehn Generationen auf seiner Ranch sitzt, für den ist das überhaupt kein Thema. Aber wenn du eben, sagen wir mal, aus etwas prekäreren sozialen Verhältnissen stammst, ist das mit der Voter Registration teilweise ein Riesenproblem. Okay. Aber die Demokraten kümmern sich jetzt eben darum, dass möglichst viele Menschen sich zur Wahl anmelden. Und in Alabama, das ist vielleicht das, was über den Bundesstaat hinaus weiß, in Alabama scheint diese Strategie mal ganz vorsichtig gesagt vielleicht gewisse Erfolge gezeigt zu haben. Wie gesagt, bei der weißen Stimmen, bei der weißen Bevölkerung hatte der Moor weiterhin eine überwältigende Mehrheit. Es waren die Minderheiten und die Farbigen, die letztlich dem Demokraten da zum Sieg fordern. Genau. Also das war auch noch das Argument, was ich noch gehört habe und was ich auch eine gewisse, finde ich, was eine gewisse Charme hat, ist, dass halt es vielleicht nicht unbedingt ein Riesenschaden für Trump ist, aber durchaus einen Boost für die Demokraten geben könnte. Vor allen Dingen so psychologisch, mental. Die haben gesehen, ein Demokrat kann in Alabama gewinnen, so, ja, okay, Special-Effekte und alles hin und da, aber das muss man erst mal hinkriegen und dass man dann sagt, okay, uns fällt das Recruiting einfacher, auch andere in anderen Staaten gute Kandidaten zu kriegen, die Base ist sozusagen, kriegt einen kleinen Moral-Boost und dann ist es da vielleicht einfacher, auch sozusagen aus diesem Loch wieder rauszukommen. Werbung Sensationelle Tagesangebote, jetzt bei Galeria Kaufhof. Nur heute, Pfannenset von WMF, statt 74,85 nur 39 Euro. Und morgen zum Sensationspreis, Emporio Amani-Düfte, Galeria Kaufhof. So, damit sind wir für diese Woche durchs Pad. Wir haben aber noch Dankeschön zu sagen, denn wir hatten in dieser Woche eine ganz tolle Diskussion. Ich bemühe mich ja so ein bisschen abends immer mal so durchzugucken durch unsere Kommentare. Diese Woche waren es über 180, ja, Menschen oder über 180 Wortbeiträge zur vergangenen Sendung, vor allem im Mittelpunkt der Diskussion weiterhin die Frage Krankenversicherung, Bürgerversicherung, gesetzliche, private Krankenversicherung, aber auch natürlich die Frage, berichten wir zu viel über die SPD? Was könnten wir noch an parteipolitisch spannenden Themen reinbringen? Und ich wollte euch einfach diese Kommentare nochmal ans Herz legen. Die sind einfach wahnsinnig spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ja, ja, ich habe unglaublich viel gelernt. Das ist wirklich total spannend. Ich habe jetzt für diese Sendung keine Zitate rausgeschrieben, weil wir letzte Woche so viele Feedback-Zitate hatten. Aber es lohnt sich wirklich, das nachzulesen. Ganz viele spannende Gedanken. Also und vielen, vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligen und gerade auch viele Menschen, die so betroffen sind von den Fragen, die wir diskutieren. Ganz viele Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel oder Krankenpfleger haben sich nochmal geäußert und spannende Perspektiven eingebaut. Also es ist wirklich ein tolles Forum geworden. Bin sehr glücklich darüber, dass das im Grunde wirklich einen echten Mehrwert bietet nochmal zur Sendung. Insofern, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Ist wirklich eine schöne Diskussion. Damit denke ich, sind wir durch. Vielleicht noch der Hinweis, es gibt ab nächster Woche, sehe ich gerade, also kurz vor Weihnachten, das ist vielleicht schon mal ein Hinweis, nochmal 20 Prozent auf alles, was bei uns im Shop so rumliegt. Und das soll dann angeblich auch noch vor Weihnachten verschickt werden mit dem Gutscheincode too late 17, too late 17. Also für die zu spät kommen wir, wie gesagt, gibt es ein bisschen Merch bei uns im Shop, Küchenstudio slash Shop. Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel zu. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche Lage live. Lage live in Berlin. Aus der Kirche. Für unsere Plus-Kundinnen und Kunden mit Videostream. Für alle anderen später als Konserve, als ganz normale Folge der Lage. Selbstverständlich. Also kann man dann auch mal wieder fragen, wird es denn auch als Lage veröffentlicht? Natürlich wird es als Lage veröffentlicht. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist die letzte Lage dann vor Weihnachten. Dann geht es in die Weihnachtspause. Und wenn es dann weitergeht, gucken wir mal. 5. Januar hatten wir, glaube ich, bisher gesagt. Also eine Woche fällt dann aus wegen Weihnachten oder wegen zwischen den Jahren und so weiter. In diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, wenn euch die Lage gefallen hat, gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Es gibt uns ja in jedem Podcast-Player, aber auch bei Spotify. Also wer will, kann uns auch bei Spotify hören. Und diese Sternchen bei iTunes helfen uns sehr für die Sichtbarkeit. Einfach, weil sie uns helfen, in den Rankings weiter in guten Positionen zu bleiben. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Und alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.